hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge aus dem concept zusammen mit dem paul dem tonido und dem michael wunderschön hallo hallo ihr müsst mir mal helfen wie kann ich unseren job auswählen als auf dem controller würde ich jetzt sagen du drückst das steuerkreuz nach rechts und dann macht er das missionsmenü auf und dann kannst du sagen mit x job verfolgen ja geht ganz einfach geht es in die aktiven jobs und drückst rechtsklick auf die zufahrtstraße michael du hast ja jetzt hast du boden abgetragen ich hab dich so wie ich mir vorstellen was denn geht nicht also ich bin zu doof dafür halt was denn du müsstest doch einfach nur fahren wir sind doch schon bei 50 prozent ja ja aber ich fahre jetzt zickzackgeräte ach so ja einfach nur geradeaus ja ich bin gerade zu doof zu geradeaus fahren beide tasten gleichzeitig gedrückt halten mich ja ich verschwinde ja schon sehr gut mach mich nicht an ich weiß muss aber verschwinden okay ich drück immer escape verdammt ach so warte ich wollte sie eigentlich zurücksetzen einlagern steig einfach mal aus michael bitte muss ich jetzt einlagern so baugrund verdichten ok wir brauchen was zum verdichten die hast du schon geholt holt die app weit sind ja ich sitze schon drin schon gemerkt die wahl zur fahrt genauso wie asphalt fräsen ok kies und kies verdichtung das heißt warte mal ich mach mal folgendes ähm unseren pritschen wagen lagere ich mal ein ja das ist der maus der füßchen promogat und wir haben irgendwo haben wir doch habe ich ihn gerade nicht gesehen dann würde ich schon einmal kies holen macht sinn ne den brauchen wir ja gleich dann müssen wir auch wieder verdichten gucken ob wir diesmal wieder mit einer fuhre durchkommen kann ich den jetzt ne den kann ich nicht voll machen wenn ich unterwegs bin dann mc excuse me warst du noch mit dem eis beschäftigt ja ok so michael ich komme geschnell reist ja aber irgendwie hat sich mein baugrund nicht geändert ich sehe das gerade nicht wo ich verdichten muss ähm ich gucke gerade ob ich das sehe wo du schon warst man irgendwie sieht es ja genauso aus wie vorher wie wir ja ich sehe ein paar stellen wo du warst aber nicht alles spielern ja bei mir hat sich die oberfläche nicht verändert du hast dich immer noch weg geschoben ne ja die die verändert sich bei mir gerade auch nicht richtig genau das bei 37% hm hm ja aber es geht langsam hoch also naja es ist gut hey 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 ich hasse diese kamerasteuerung ich freue mich wenn du aussteigst und der erstmal die die ganze geschichte noch hin und her dreht hm Zürich heben. Du hast da auch irgendwie voll die krassen Hügel drin. Kann das sein? Ja, der Bauchgrund hat sich verändert bei unserem Schieben. Das ist mein Problem gerade. Ich sehe das einfach nicht. Ja, bei mir auch nicht. Bei mir ist das komplett plan. Bei mir nicht. Also ich sehe es, wenn ich V drücke. Aber sonst sieht das bei mir komplett plan aus. Soll ich das mal versuchen? Ja, übernimm du mal. Ich kann es nicht sehen. Bei mir ist das nicht umgesprungen. Es springt halt ja um, weil es wenn du geschoben hast, auf eine plane Fläche, die du hebenen muss. Ja. Ist bei mir nicht. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich es an oder aus habe. Jetzt ist es an. Das hörste. Ja, bei dir machst du jetzt einfach die Hügel weg. Das ging bei mir nicht. Ja, ich habe halt bei mir gar keine Hügel. Ich habe eine plane Ebene, die ich jetzt einfach kurz einmal da lang weiß, wo ich denke, du oder ich weiß das, wo du warst. Ich sehe es so grob. Aber ich fahre jetzt hier einfach mal so Bahn für Bahn, wie man das so kennt quasi. Guck mal, was passiert. Ja, das sind manchmal sind das echt nur so ein paar Synchro-Themen. Ich weiß nicht warum. Ist ein bisschen schade. Na, Patchnote soll es besser geworden sein eigentlich. Vielleicht haben wir auch einfach heute nur ein bisschen Pech. Wer weiß. Wir werden es beobachten. Aber solange einer, sage ich jetzt mal, wenn es der Hostens richtig sieht, ist es ja in Ordnung. Dann kann man halt zur Not kurz kurz tauschen. Das war nicht schön, aber machbar. Oh. So weit gefahren. Oh, jetzt stellen wir die Scheiße nochmal eben schnell hin. Brauchen wir den noch? Ne, wir brauchen den nicht mehr. Kann ich zurück einlagern? Ja, ich würde fast gucken, wenn wir jetzt den nächsten Auftrag bei euch angenommen haben, dass wir nochmal aussortieren, was wir, yo, ich bin fertig. Wenn du möchtest, kannst du in den anderen LKW einsteigen, Micha, den Kies verteilen, dass wir bei euch mal gucken, welche wir gleich zurückgeben können, welche Maschinen, welche wir nicht wieder brauchen. Was haben wir denn aktuell, äh, gemietet? Ne Menge, Fragezeichen? Glaube nicht. Wir haben zwei Bagger gemietet, zwei Glanierrauchen gemietet, den Kran gemietet, die Pumpe gemietet, den Asphalt, Fältiger gemietet, das war's. Äh, das Asphalt, den können wir, warte mal. Raoul, auspacken bitte. Ich glaub, das brauchen wir gleich. Na, den Asphalt, Tira brauchen wir auf jeden Fall gleich. Tschütebön. Dankeschön. So, ich gieß dann mal eben schnell noch und dann, äh, ich platziere eben die Platten und dann kannst du wieder gießen. Ich muss ja nur so drüber fahren, Micha, ne? Ich muss ja nicht den Verdichter anmachen, oder? Ich muss den Verdichter gleich anmachen. Ja, gleich, aber jetzt, um Prozent zu ergattern. Ne, da reicht's. Genau. So. Aber es geht. Ich bleib hier ständig an den, an den Widerständen hängen. Bei mir ist das immer noch nicht umgesprungen. Mhm. Ich hoffe gleich. Okay, fest. Ich kann gar nicht fahren. Okay, erst hast du noch, noch Kies drin? Ein bisschen. Er ist noch fast drei voll. Okay. Du musst leider mal fahren für mich, weil... Warte, kann ich, kann ich dich anstupsen? Oh, ne. Ne, ne, ich häng auf dem Hücken fest. Du, ich glaub, du musst übernehmen. Ja, kipp einfach weiter. Ja, ist doch fertig rum. Ja, 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 ja. Wir haben immer noch ein bisschen drin. Ähm, dann gucken wir mal. Den Muldenkipper können wir einlagern. Wir müssen ja jetzt nur noch einmal Betongläsen. Oder du musst beide übernehmen. Bei mir spricht das alles schon. Ich glaube. Bei mir liegen immer noch die Brocken. Achso, warte, okay. Dann, dann machen wir folgendes. Ich bin ein bisschen schweilbar. Ne, alles, alles gut. Also entweder joinst du kurz, kurz neu, Micha. Ja, ich join nochmal neu, weil das hab gern. Oder du holst schon mal Asphalt und den Asphaltierer, wenn du möchtest. Oh Gott, dann baue ich den Kran schon mal weg. Aber dafür kann kein Sinn hier. Ne, das ist richtig. Wenn du gar nichts siehst, ist total doof. Ich weiß nicht, was er heute hat. Was ich mich so schlecht mit dir zu organisiert kriege. Liegt nur an mir, Michael. Versprochen. Nein, zu. Ich werde mich bessern. Keine Ahnung, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ruf um sich bessern. Hallo. Hi. Der Kran ist demontiert. Hoppala. Der Schlangenlinienpferd fährt mehr, ne? Hm. Oh, dann kann, den Kran kann man auch gar nicht zurückgeben. Doch, bestimmt. Und. Na ja, taucht in der Dingensliste nicht auf. Doch, wir hatten eben, den Kran hatte ich eben gesehen. Entschuldigung, ich musste gerade einmal in diesem Kurkrad nicht weiterfahren. Ja. 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 Weil auch gerade als du gesagt hast, du hast kein Spiel mehr, war plötzlich auch mein Babyfone ausgegangen, deswegen dachte ich so, okay, nicht dass mein Internet gerade weg ist. Ich seh dich nicht mehr. Ja. Soll ich den Schnelleinsatzkran dann erstmal zurückgeben? Ich seh ihn jetzt auch mittlerweile. Ähm. Ja, sucht euch sonst doch einen neuen Auftrag raus, den ihr machen wollt. Und dann gucken wir, ob wir ihn da vielleicht brauchen. Und dann gucken wir, ob wir ihn brauchen und wenn nicht, dann geben wir ihn zurück. Ihr seid jetzt in der Kampagne, ne? Korrekt. Aber ihr könnt euch trotzdem mal eine nehmen, ne? Ja, ja. Aber dann können wir uns nur einen freien Auftrag aussuchen. Achso, können wir immer nur eine gleichzeitig machen? Wir können nur eine Kampagne machen. Da ist er. Jetzt ist er gespielt. Komm mal. Jo. Äh, willst du mit dem Asphalt, was, was möchtest du jetzt machen? Du hast vermogen, dass der Rob mit mir sekundisiert, ich auch was beankern kann. Mal sagen, dass die Sekundation nicht klappt, brauche ich gar nichts machen zur Zeit. Ja, das... Probe, sag nochmal was. Was soll ich denn sagen? Ja, ich bin an meinen Dongle vom Headset gekommen. Ich muss mein Headset einmal trennen gleich. Du klangst ein bisschen... Klingt ein bisschen anders. Ja, das ist genau das Problem. Er klingt ein bisschen komisch. Der anschluss ist nicht so toll. Kann ich ihm anders reinstecken? So, wo ist der Vorarbeiter? Wo bist du hier? Die sind auch alle voll. Nö, möchte ich nicht, aber... So, einsteigen. Wir haben fertig. Yeah. Oh, sieht sogar ziemlich schick aus. Okay, ich komm... Oh, oh. Ich seh... Hey, warum ist denn... Warum ist das Video beendet? Ich hab doch gar nichts gemacht. Warte, wir gucken uns das noch an, bevor wir die Folge beenden, okay? Mach doch. Okay. Mach doch, mach doch, mach doch. Mach doch, mach doch. Die Synchronisation ist ziemlich scheiße grad. Ich kann nicht nochmal... Die Karte... Jetzt kann ich die Karte entscheiden. Du sitzt... Jetzt sitzt du in der Beton-Punk. Ich kann fast nicht... Ich kann fast nicht, äh... Synchronisiert zur Zeit. Ich hab doch gesagt, irgendwo sitzt ich drin. Das Haus passt aber nicht zu den restlichen Bauten hier. Ja, das dachte ich mir auch gerade. Aber gut. Ähm... Der Auftraggeber wollte es so, wir haben geliefert, ne? Aber ich weiß ja nicht. Ich finde halt diesen Baustil, ne? Mit alles so kantig und glatt und... Finde ich bäh. Finde ich bäh? Hä? Ne, das mag ich nicht. Das finde ich überhaupt nicht. Ist überhaupt nicht meins. Ist nicht deins, sagst du? Nein. Na gut. Muss ja dem gefallen, der den Auftrag gegeben hat, oder? Hm... Ja. Gut, aber für den Moment sind wir erstmal fertig. Liebe Leute, wie immer, vielen, vielen Dank für's dabei sein. Wenn's euch gefallen hat, lasst gerne ein Doppchen nach oben da. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüssi. Tschüssi.